So geht, 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 geht weiter. Pam. Und schnapp ihn dir. Ähm, das ist dumm, dumm. Äh. 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 Ähm, ja, die Stelle, die hab ich letztes Mal schon probiert und hab's hier nicht geschafft, da bin ich beim letzten gestorben bei so einer Attacke. Und, äh, da sollte man noch nicht spaßen. Und der erste ist tot. Ihr hört ja, wie ich hier klicke. Klack. Boah, kein Krampf im Finger kriegen, das ist kacke. Und zweiter Tod. Boah, ey, das ist ein Krampf. Pfff. Sorry, aber... Erstmal Hand entspannen. Weiterhin kommt ja schon der Nächste. Und wieder rechtsklick und links und rechts und links und wieder packen und dann hin und dann bim und dann nochmal rechts und dann kann ich zäh- äh, zählen. Au. Äh, schlag ihn. Mh, mh. Der steht im Wasser, der duscht. Der darf nicht duschen. Und... Ach ja, ich weiß ja jetzt, wie das geht. Also, das könnte ich euch auch mal sagen. Ihr müsst rechts klicken, dass der den so packt und dann links klickt, damit er den auf den Boden schmeißt. Weil, ähm... Jetzt haben wir diese unheimlich schwere Stelle fertig. Und jetzt wird das geöffnet. Wie riesig die Steine daraus sind. Hat er jetzt gerade durch die Wand geschmissen? Hier realistisch. Bumm. 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 Buh, geht weiter. Und er geht zu seinem... ...schönsten Platz auf der Insel. Aber ich find das toll, dass die überall gebaut haben. Ich find das ja... Oh, yeah. Oh, yeah. Puh. Ist der Querschnittsgelegen, oder was? Los, die jetzt. Hey, vielleicht hat er noch gelbbeißig... Wer bleibt da? Tot. Ja. Warum läuft der auch einfach raus? Tot. Hallo, Engelhörnchen. Oh ja, das ist plötzlich alles weg. Ja. Was ist die? Ein Albtraum. Hat er schon gesagt. Ach ja, ich gehe rückwärts. Das ist nicht toll. Ich will mal ein Stöckchen. Ich will mal ein Stöckchen. Ach ja, es wäre geil, wenn wir... Ich kenne die Geschichte nicht ganz so... Oh mein Gott. Es leckt das dann auch einmal wieder so. Acht. Bumm. Ähm. Äh. So kacke. Ja, wetten wir Staaten wieder da? Hä? Ach, hier sind wir. Und? Dann lad, verdammt. Mumma mach. Hä? Wie wirft der denn? Der ist krank. Ja. Schrei nicht, sondern... Ja, kannst du mir mal bitte helfen? Ey. Geh. Äh. 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 Gibt es kein Feuer? Gehst du mal wieder weg, um da aufzulegen? Kann ich eigentlich von hier bekämpfen? Hier kommen die nicht durch, oder? Wieso gehen die denn hin? Äh, ja. Wir sterben. Ist der andere nicht mehr da? Oder ist er schon? Ach die. Schön. Mhm. Ich hab gleich keinen Schuss mehr. Komm, muss rennen. Oh gut, da hinten hängt noch was. Ähm, hier komm ich her. Gut, hier ist... Okay, gut, das fängt auch mit ab. Falscher Weg, ey! Das geht so nicht. Ey, ist der dumm. Wohin will der? Ne, fand nicht. Ich... Was ist aus? Hab ich... ... 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 Achso, ja. Auf ficken. Moment mal kurz. Sorry. Ich will das jetzt noch hier schlafen. Dazu brauche ich ein Stöckchen. Aber wie komme ich da jetzt wieder hoch? So. Raus, 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 raus. Schnell, schnell, schnell. Bitte brenn mir. Boah, wie das gerade übelst am Lägen ist. Pff, der läuft immer noch seine Wand hoch. Ja, ich weiß schon hier drüben. Ja, dürfte ich auch einsteigen? Da sitzt gar keiner drin. Moment mal, ich muss wieder speichern. Weil der es ja wieder nicht schafft, irgendwie das Spiel normal laufen zu lassen. Ohne Fehler. Ich glaube, das Kapitel ist ein bisschen boogie. Äh, buggy. Und wenn, ich muss jetzt das gesamte Kapitel neu machen? Aber ich habe ja gespeichert. Ohne schifft. Und wenn, ich muss jetzt das nicht tun. wenigstens muss ich, ja. Ja. Äh. Nachladen, 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 nachladen. Wenn ich was sehen könnte. Äh, ja nicht wirklich alles klar. Ja was, oh nein. Pussy, ey, gibt's ja nicht. Könnt's sein, dass ich den gerade nicht treffe. Hallo, nerv mich nicht. Okay, ähm, ich muss wieder den Part beenden, bis gleich, tschau.